so dann geht es weiter die schlacht aber die ist eigentlich geschenkt darin ich einfach nur kurz rein und gut ist und das war's aber das wurde aber gerade steht könnt knifflig werden ich will jetzt wirklich den ringkrieg fertig machen also so schnell wie möglich fertig machen eigentlich danach kann ich mit den urux spielen dann kommen noch die elben und dann dann kommt eigentlich die eda in mord die ich mal ein bisschen machen wollte wenigstens so ein bisschen mal anspielen weil es wünschen sich einfach viele verstehe ich ist in ordnung es ist auch nicht schlecht von dem her ist es jetzt nichts wo ich sag boah da habe ich keine lust zu ist halt jetzt nicht meine höchste priorität aber egal jetzt ist er tot ich weiß nicht ob ich einen ringkrieg eda in mord mache oder nur ein paar gefechte das muss ich mal sehen je nachdem wie das läuft und funktioniert und dann weiß ich auch nicht welche version der eda in mord ich denke einfach mal die neueste keine ahnung muss man gucken ich weiß ja nicht einmal ob an der eda in mord noch aktiv gearbeitet wird keine ahnung weiß ich nicht aber muss muss ich halt gucken schauen wir mal dann sehen wir schon und was wahrscheinlich einfach mal die neueste wenn der ringkrieg da geht vielleicht spiele ich einen ringkrieg mit menschen oder so muss ich mal gucken kann ich jetzt nicht sagen weiß ich noch nicht ist kein kein plan vielleicht auch nur gefecht ich muss halt gucken wie ich lust drauf hat muss ich ganz ehrlich sagen und dann 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 geht es richtig ab weil dann spiele ich den normalen aufstieg der sexen königs wieder ringkrieg mit allen völkern ohne dass ich mit meinen finanzen ins minus rutschen darf also das gibt es einfach nicht wenn das durch ein bug passiert okay aber ich darf jetzt nicht einheiten hier auf der karte auf in der spielkarte also im gefecht quasi ausbilden und mit auf die ringkrieg karte nehmen wenn ich es mir nicht leisten kann und das wird eine krasse herausforderung 1 gegen 5 das kann ich euch versprechen ich habe keine ahnung wie ich das hinkriegen soll es wird unglaublich anspruchsvoll also wirklich unglaublich anspruchsvoll aber das ist die herausforderung so nachdem du so unbesiegbar bist auch damals kaputt er hat dann wirklich der ist also groß im gebäude der träume so hat er denn noch was dahin so haut den baumeister tod gewonnen ziemlich ziemlich easy ja passt super sache so mache ich jetzt nur hier einen kleinen selbst ich werde jetzt hier speichern genau okay und dann noch beim anderen der könnte böse werden vor allem weil er halt hier reiter hat gegen bogenschützen ich werde also ein turm bauen müssen wo ich die bogenschützen rein knall dann durchhalten dass der andere vorbei ist ganz schnell ausbilden und den kaputt russian müsste gehen muss mal gucken also die karte ist cool auf der spiel ich selten aber die gefällt mir so wir können uns den vorposten hier holen ich habe übrigens gelesen manchmal lese ich ja kommt vor ja guck hier hat es das da ja interessant dass einige diese codewörter ziemlich lustig finden deswegen werde ich versuchen damit weiter zu machen und im zuge dessen wird es in dieser episode ein codewort geben ich warte noch so 2-3 minuten oder vielleicht auch 10 das sage ich euch ja nicht bevor ich euch das codewort für diese folge verrate und dann mal sehen wer das alles in die kommentare schreibt könnte lustig werden ich weiß gar nicht mehr was das letzte codewort war so viele glaube ich hatte ich auch noch gar nicht letzte episode bis vergessen kommt vor aber wenn da jemand schreibt hey du hast kein codewort dann weiß ich erst recht dass jemand die ganze folge gesehen hat weil dann hat er die ganze folge gesehen und es war ja kein codewort da und dann sagt er mir das nur weiß ich hey wow respekt also codewort diesmal sogar plastisch in der webcam gezeigt das codewort für diese episode glühweinbonbons glühweinbonbons mhm habe ich mir auf dem weihnachtsmarkt besorgt sind zwar viel zu teuer aber ich stehe auf die dinger ich mag den geschmack einfach glühweinbonbons für alle die sich jetzt denken boah was für ein idiot warum lutscht er bonbons wenn er glühwein trinken kann das hat damit zu tun dass ich kein alkohol trinke gar kein auch nicht zum geburtstag auch nicht zu weihnachten auch nicht zu silvester auch nicht zur hochzeit auch nicht zur beerdigung gar nicht gibt's nicht ich trinke kein alkohol allerdings esse ich prinzregentorte weil der einfach saugeil schmeckt da ist auch irgendwo alkohol drin aber ich glaube das ist vernachlässigbar und auf die will ich nicht verzichten aber ich esse auch sehr selten zweimal im jahr oder so ein stück und das war's weil ich halt einfach nie zum bäcker gehe ne ähm aber egal so schaut's aus haben wir das eingenommen ja der hat es echt überlebt sauerei okay ah ja und heilung drauf oh oh der baumeister hoho der steht aber sehr gefährlich hohoho hohoho oh man na gut nachdem wir das jetzt gemacht haben okay okay mühle verteidigt pfeile machen da nicht so viel schaden oh oh das holen wir uns aber wieder ich weiß nicht wie viele youtuber während dem zocken Glühweinbonbons lutschen aber ich glaube es sind nicht viele okay oh 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 Gegner ach die sterben ja weg wie die fliegen ich mein die haben ein Schild ne benutzen ihn aber nicht wo rennt denn der jetzt lang so ey 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 jetzt baue mal hier vielleicht baue ich auch so ein paar Trolldinger kann nicht schaden oder ich muss eh gucken wenn jetzt wenn ich hier nur 360 äh Einheiten ausbilden darf was unglaublich wenig ist um um mal ganz ehrlich zu sein dann habe ich ein Problem dann muss ich nämlich mit Festungen spielen weil ich anders das Geld nicht ausgeben kann geht auch ist aber irgendwie doof du bist halt einfach im Nachteil ne jetzt gehört das Gebäude uns so na wird das fertig so dann noch ein paar Mühlen was sind denn das eigentlich Schneetrolle Hügeltrolle Hügeltrolle Stachelbänder warte die Wölfe haben stärken Lanzenträger aha also ich habe mich jetzt nie mit dem Wolf angelegt aber wenn ich eine Lanze hätte glaube ich wäre ich einem Wolf gegenüber im Vorteil Reichweite und so aber vielleicht irre ich mich da auch so die ganz große Frage ist jetzt wo hat der Gegner sein Lager so die müssen wir jetzt abfangen dann holen wir uns den Ring ja die sterben weg ha oh oh also der macht gut gut blöd Schaden hier was hat er jetzt gerufen das hat er jetzt gerufen Hobbits oh Gott naja sind alle gestorben GG tschüss Hobbits die ruft man halt nicht mitten direkt davor das ist halt Schwachsinn so jetzt findet es mir mal bitte den Gegner ja ja dann fällt meine ich kann das alles noch ein bisschen Upgraden hier ausbauen wo ist das Lager des Feindes irgendwo muss es sein ja ich finde es nicht naja ich finde es halt einfach nicht keine Ahnung wo es ist irgendwo muss es sein na mal gucken irgendwann werde ich finden weil irgendwo muss es sein und ich will das jetzt haben komm 14 macht die Mühle ok ich finde einfach nicht also ich bin mir sehr sicher dass er irgendwo ah jetzt haben wir es entdeckt da guck mal nein ich wollte naja ich wollte gucken ob ich verhindern kann dass er das Gebäude baut das wäre lustig gewesen so Trolle zeigt es mal was ihr könnt schnell sind sie ja da die können das einfach nur niederreiten und haben eine Spitzhacke ok und schon sind sie Stufe 2 na ihr sollt erst die töten und dann die da was ich jetzt machen werde ich werde hier eine Festung hinbauen an diese beiden Zugangspunkte an diese beiden Zugangspunkte ja an beiden Zugangspunkten wäre ich äh Festungen bauen so mal sehen wie gut die gegen Reiter sind ist ganz ok schon wieder Hobbits nein noch schlimmer aber die können wir ja alle überrennen naja schon ein bisschen zumindest ich will die anklicken aber die sterben zu schnell was ein Schwachsinn gut spielt alles keine Rolle ich habe jetzt hier die Trolle hol mir die Waldläufer noch ich weiß gar nicht wo ich die Riesen überhaupt bauen kann da muss es doch Trolle Wolfsgrube Halle des Königs ich kann die Riesen rufen aber ich kann sie nicht ausbilden also ich glaube nur die Orks können die ausbilden es nervt halt auch ungemeint dass er dauernd mit dem Zeug da rum angreift naja die Vorposten muss ich mir wiederholen die sind wichtig so gut dass die wenigstens was einnehmen können so das haben wir zerstört ja 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 dann warte nicht zu lange so gleich kann ich den Schattenwolf rufen und dann gucken wir mal was der so kann da bin ich sehr gespannt nein ich wollte den Wolf noch rufen Mann wie du na gut GG er gibt auf Oha da hat die Ritter von Dol Amroth ausgebildet und dann gibt er auf LOL LOL die sind sau teuer erstmal braucht man Stallungen Stufe 3 glaube ich und dann kosten die 1500 aber schlecht sind sie nicht schlecht sind sie halt wahrlich nicht ja eins aber mit den Menschen geht's langsam zu zugrunde die haben noch 5 Territorien danach sind sie Geschichte und danach kann ich einfach nur noch drüber raufeln und das war's so überall Festungen bauen wo wir Festungen brauchen so boah das holen wir uns das holen wir uns das holen wir uns äh auf die Katapulte kann ich jetzt ein bisschen verzichten die schicke ich dann lieber dahin dann schickt man die dahin die dahin die dahin rest darüber schaut doch gar nicht schlecht aus was ich hier mache oder ne ich würde sagen das schaut ziemlich gut aus so so Rogash bleibt warum wo ah oh ja der wird angegriffen hoho naja gut die Festung kann ich eigentlich ziemlich easy verteidigen dürfte er zu schwer werden oh naja mal gucken mal gucken aber zumindest habe ich eine Festung das ist schon mal was damit kann ich arbeiten ich kriege eine Bonus Gasthauseinheit beim Start ist auch nicht schlecht ja muss auch mal gucken müsste schon gehen müsste schon gehen ach ich habe ja den Flammzepter Magier hier dann ist es easy sollte easy sein sagen wir mal so so noch zwei Türme bauen ich habe einen Plan du hast einen Plan ja das wünsche ich mir oh ein Wolfi guck mal knuffig oh naja jetzt gehen wir erstmal dahin und dann dahin so wo ist der Gegner naja ob die Reiter das machen ist auch die Frage ne sind gestorben ja Gollum interessiert mich so mach mal hier ein bisschen Blitzi Blitz dann noch ein bisschen Wort der Macht und dann noch das Licht Inferno macht das Flächenschaden ein bisschen so sieht so aus als hätten wir alles verteidigt fertig stark der verteidigt halt alles ich meine der steht da legt sich mit einem Naskul den Olifanten und ein Dutzend Troll an das ist schon heavy das ist heavy gut der hatte Unterstützung und wahrscheinlich wäre er gestorben aber erstmal krasser Schaden erstmal krasser Schaden und den Feuerball kann er gleich wieder casten und der macht guten Schaden wenn du jetzt hier mal guckst der haut gut auf das Gebäude ein das Gebäude ist fertig und der Feuerball erst recht ja das war GG easy easy verteidigt der hatte ja gar keine Chance nett 42 nicht schlecht gar nicht mal so schlecht heiho und vielen Dank fürs Anschauen des Videos wenn ihr mich unterstützen wollt klickt einfach auf den Daumen rauf Button habt ihr irgendwelche Wünsche Feedback oder Vorschläge lasst es mich in den Kommentaren wissen ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren um kein Video mehr zu verpassen ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag macht's gut ein 2 5 2 3 4 5 5 6 8 8 Vielen Dank.